Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 14. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Tele 460 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch. Plantronics, Apple Event, Diebstahlschutz, Batterieservice, Golden Master und 7 Nanomillimeter. Ich beginne gleich mit Plantronics, denn die haben im Laufe dieser Woche vorgestellt neue Produkte. Und das waren nicht nur eines und mehrere, sondern einige Kopfhörer sind das. Zum einen Over-Ear-Kopfhörer, dann sind ein paar In-Ear-Kopfhörer mit Verbindungsband dabei. Und auch meine Favoriten, der Backbeat Fit 3100 und der 2100. Das ist ein Modell, das ich schon seit Längerem nutze oder seit Jahren nutze. Sobald es für mich nach draussen geht, sportmässig oder spazieren und so weiter. Oder wenn es wasserdicht sein muss, ist das mein absoluter Favorit, was das anbelangt. Und der hat jetzt ein kleines Update mit dem 3100er Modell bekommen. Das Ganze ist nicht mehr hintendurch verbunden, wie beim 2100er, sondern es geht nur noch ums Ohr herum und will so das Festhalten am Ohr. Jetzt ist es gegangen. Und das Ganze kommt jetzt auf den Markt. Also wer da etwas Neues sucht, sollte sich die Modelle mal anschauen. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, werde ich die natürlich für euch testen wie üblich und dann auf dem pokebse.ch-Blog einen Artikel darüber verpassen. Ja, das Apple-Event war ja gestern, ich habe die Neuigkeiten eigentlich schon durchgekaut, gestern kurz angerissen. Habe ja dann auch erklärt, dass wir in der News-Folge von Geek Talk das Ganze ein bisschen genauer anschauen werden. Etwas Kleines mag ich dennoch heute mit reinnehmen. Was sich so im Nachhinein ergeben hat, ist, dass zum Beispiel das iPhone SE aus dem Sortiment geflogen ist. Gut, kann sein, dass es im Frühling wieder kommt, weil damals gestartet hat es auch im Frühling, sprich ein halbes Jahr versetzt. Aber aktuell schaut es so aus, als ob es nicht mehr da sein wird. Auch weggefallen ist die Apple Watch Edition. Das ist diejenige, die über 10.000 Währungseinheiten oder im ersten Modell, damals noch aus Gold etc., rausgeflogen ist. Und dann bei den neuen Modellen aus Keramik mit über 1.000 Franken, je nach Modell. Die Modelle sind rausgeflogen. Es gibt also nur noch die Stahl- und Aluminium-Varianten. Auch ist rausgekommen, gut, genauen Daten weiss man noch nicht. Das wird dann soweit sein, wenn iFixit, dass die beiden oder besser die drei iPhones auseinander nimmt und die Akkus ein bisschen genauer anschaut. Aber anhand den Zahlen schaut es ganz so aus, dass das iPhone XR, also das günstigste in Anführungsschlusszeichen, das mit der grössten Akkukapazität ist. Wundert mich jetzt eigentlich nicht wirklich, denn ja, im Kamerabereich nur eine Linse, aber sicherlich viel mehr zu Buche schlagt, ist, dass es kein OLED-Screen ist, sondern ein LCD-Screen verbaut wurde. Auch hat Apple neben den Produkten auch noch ein neues Versicherungsprodukt rausgehauen. Das normale AppleCare gibt es ja schon lange, was man auch sehr empfehlen kann, dazu zu kaufen, zu jeglichen Apple-Produkten, Diebschallschutz und so weiter, neu oder eben kaputt und so weiter. Neu gibt es einen AppleCare Plus-Plan, der zusätzlich auch das Verlieren, also der Verlust von einem Smartphone oder den Diebstahl von einem Smartphone mit einschliesst. Das Ganze ist aber nach wie vor auch nicht unbedingt günstig, 299 Dollar kostet das, gibt es aktuell nur in den Staaten. Wir dürfen gespannt sein, wann und ob das auch zu uns kommen wird. Dann haben wir noch ganz kurz was zum Batterieservice. In diesem Jahr kann man ja diverse iPhone-Modelle, ab dem SE, iPhone 6, 6 Plus etc. bis und mit den letztjährigen Modellen für 29 Euro den Akku austauschen lassen. Das Ganze geht somit noch über eine Teilgarantie und das ist ja per Ende dieses Jahres fertig. Wenn es dann weitergehen soll, kostet euch das 49 Euro. Also Apple geht da nicht mehr hoch auf den Preis, den sie vorher hatten, 69 oder sowas in dem Stil herum war das, sondern bleibt bei 49 Euro. Natürlich die neuesten Modelle, da wird es ein bisschen teurer. Da sind es 69 Schweizer Franken, die euch dann belastet werden. Dollar besser gesagt, aber das ist fast 1 zu 1. Dann noch zu der Golden Master. iOS 12 ist gestern in der Golden Master rausgefallen. Eigentlich auch ziemlich logisch, denn ab Montag, dem 17. wird die Version 12 von iOS für alle Nutzer dann ausgespielt. Ab 19 Uhr am Abend wird das Ganze ausgeliefert. So, jetzt gehen wir aber rüber zu Samsung. Bei Samsung gibt es Neuigkeiten, was Samsung Health anbelangt. Samsung Health ist so wie die Geschichte von Google Health oder Apple Health. Nee, die Sammel-App, die eure Fitnessdaten einsammelt, archiviert und auswerten lässt oder euch auswerten lässt. Und die hat ein grösseres Update auf die Version 6.0 bekommen. Nicht nur in der Optik wurde da fleissig geschraubt. Auch gibt es neue Funktionen wie ein sogenannte Programme. Ein Workout-Programm ist da zum Beispiel mit dabei, mit dem ihr als nicht ganz so versierter Sportler langsam, aber sicher an das Thema herangeführt wird. Wer unter Android und Samsung unterwegs ist, sollte sich die App mal ein bisschen genauer anschauen. Zu guter Letzt geht es auch im Bereich Android, aber auch ein bisschen Apple. Denn nach der Apple Keynote hat Huawei via Twitter ein bisschen Richtung Apple gestichelt. Zum einen meinen sie, dass das Update der neuen Modelle, nicht des grössten, aber des X, also 10S Modells, nicht ganz so gross sei und eigentlich fast schon lächerlich. Und auch vermeldet hat man die Geschichte mit dem Bouquet-Effekt etc. Aber vor allem ging es um den 7-Nanomillimeter-Chip. Denn Huawei ist der Meinung, dass sie mit der Vorstellung an der IFA des Chips die ersten waren, die das rausgebracht haben. Da kann man sich jetzt natürlich vortrefflich darüber streiten, ob diejenigen, die den Chip zuerst vorgestellt haben, die ersten waren. Oder diejenigen, die ein Smartphone vorgestellt haben und eine Woche später es auch schon ausliefern, dann doch eben schneller sind. Denn der Chip, wie gesagt, von Huawei wurde an der IFA vorgestellt, kommt aber erst oder wird offiziell vorgestellt am 21., nee 16. Oktober, also circa in einem Monat. Plus wird es dann sicherlich noch die eine oder andere Woche dauern, bis das Ganze dann ausgeliefert wird an die Kunden. Also somit dürfte Apple doch schneller gewesen sein. Aber ja, sei es drum, das Ding ist ja nachher schlussendlich, wie das Ganze funktioniert, wie es heiß wird oder eben auch nicht. Wie viel Rechenleistung, das er auf den Parkett bringt. Und das wird sich dann zeigen, wenn die Modelle da sind und die Leute es auch testen können im alltäglichen Leben. Ja, das waren es die Themen, die ich heute für euch mitgebracht habe. Meine Woche ist somit auch schon wieder um. Ab nächsten Montag ist der Achim wieder für euch da. Bis dann wünsche ich euch ein schönes und tolles und erfolgreiches und ein erholsames Wochenende. In Zürich steht die Gamesmesse an, Zürich Gamemesse, genau, an diesem Wochenende noch. Auch sonst sind einige Events aktuell, die zu besuchen sind. Wer mag ansonsten ausruhen und das Wochenende geniessen. Das Wetter soll ja einigermassen schön sein. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.